Ich bin Elisabeth, ich bin 19 Jahre alt und ich habe jahrelang ein Korsett getragen, weil ich eine Skoliose habe. Ich hatte wunde Stellen, blaue Flecken, Rötungen, Schmerzen. Also das Korsett versucht an den Punkten meine Wirbelsäule in die richtige Richtung zu drücken, also damit sie wieder gerade ist und von der Verkrümmung in die gerade kommt. Es fühlt sich ja total unwirklich an, dass ich das so lange Zeit eigentlich fast dauernd getragen habe. Dann denkt man, okay, man hat eine Stunde, wo man es nicht anziehen muss, aber in Wirklichkeit ist es dann fertig, dann geht man einmal duschen und dann ist die Zeit schon weg.